Auf der ZN könnt ihr rund um die Uhr europäischen Fußball genießen. Mit unserem Livestream-Programm verpasst ihr keine Partie. Egal ob Spaniens La Liga, die italienische Serie A, die englische Premier League, die französische Liga oder nun auch die Champions League und die Europa League, auf der ZN gibt es alle internationalen Top-Spiele live und auf Abruf. Auch die UEFA Nations League ist auf dem Streaming-Dienst zu sehen, wie auch zahlreichen internationale Pokal-Wettbewerbe. In diesem Artikel findet ihr alle relevanten Fußball-Übertragungen des Streaming-Senders Woche für Woche aktualisiert auf einen Blick. DAZN-Programm, Nations League IM Livestream Datum Uhrzeit Partie im Livestream von DAZN Dienstag 16. Oktober 16 Uhr Kasachstan, Andorra Dienstag 16. Oktober 18 Uhr Armenien, Mazedonien Day 16. Oktober 20 Uhr 45 Irland, Wales Day 16. Oktober 20 Uhr 45 Die Breiter, Liechtenstein Dienstag 16. Oktober 20 Uhr 45 Ukraine, Tschechien Dienstag 16. Oktober 20 Uhr 45 Slowenien, Zypern Dienstag 16. Oktober 20 Uhr 45 Lettland Georgien Day 16. Oktober 21. Oktober 20 Uhr 45 Norwegen, Bulgarien DAZN Programm Die Champions League im Livestream ab der Saison 2018 19. ist DAZN auch die Heimat der Champions League. Der Streaming-Dienst wird gemeinsam mit Sky die Königsklasse in Deutschland übertragen. Hier findet ihr alle Begegnungen der Gruppenphase, die DAZN live und exklusiv in voller Länge zeigen wird. Die besten Spiele der Saison 2018 19. in der Premier League sind im Livestream bei DAZN zu sehen. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Die Premier League wird von nicht wenigen Experten als die beste Liga der Welt bezeichnet. In keiner anderen europäischen Top-Liga haben vor der Saison so viele Klubs realistische Chancen auf den Titel. Egal ob Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, der FC Liverpool oder die Tottenham Hotspur, die Dichte an Top-Teams ist auf der Insel enorm hoch. Daher kommt es auch wöchentlich zu Duellen auf allerhöchstem Niveau, schließlich geben sich in der Premier League die Stars die Klinke in die Hand, und ihr könnt das alles im Livestream mitverfolgen. Datum-Uhrzeit-Partie im Livestream von DAZN Samstag, 20. Oktober 13.30 Chelsea, Manchester United Samstag, 20. Oktober 16.00 Uhr Manchester City, Burnley SA, 20. Oktober 18.30 Huddersfield, Liverpool der ZN-Programm, Serie I im Livestream, Datum-Uhrzeit-Partie im Livestream von der ZNSA, 20. Oktober 15.00 Roma, Spal-Ferrara Samstag, 20. Oktober 18.00 Juventus, Genua Samstag, 20. Oktober 20.30 Udinese, Calciko, SSC Neapel, so 21. Oktober 12.30 Udinese, Spal-Uni, 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 Spal Lorenz Chagliari So 21. Oktober 20.30 Inter Mailand, AC Mailand Mo 22. Oktober 20.30 Sampdoria, Sassuolo Calzico Datum Uhrzeitpartie im Livestream von DAZN Freitag 19. Oktober 21.00 Selta Vigo, Alaves SA 20. Oktober 13.00 Real Madrid, UD Levante Samstag 20.00 20. Oktober 16.15 FC Valencia, CD Leganes Samstag 20. Oktober 18.30 Villarreal, Atletico Madrid SA 20. Oktober 20.45 FC Barcelona, FC Sevilla So 21. Oktober 12.00 Valecano, Getafe Sonntag 21. Oktober 16.15 Aiba Athletic Bilbao Sonntag 21. Oktober 21.00 Oktober 18.30 Husky Espanyol Barcelona So 21. Oktober 20.45 Real Betis Real Valladolid Mo 22. Oktober 21.00 Real Sociedad Girona Datum Uhrzeitpartie im Livestream von DAZN Freitag 19. Oktober 20.45 Oktober 20.00 Olympique Lyon, Nimes Samstag 20. Oktober 17.00 PSG Amins SA 20. Oktober 20.00 Oktober 20.00 Uhr Straßburg, Monaco Samstag 20.00 Oktober 20.00 Dion, Lil Samstag 20.00 Oktober 20.00 Oktober 21.00 Uhr Nantes Toulouse So 21.00 Oktober 15.00 Uhr Montpellier, Bordeaux So 21.00 Oktober 17.00 Uhr St. Etienne, Rennes Sonntag 21.00 Oktober 21.00 Uhr Nizza, Marseille Datum Uhrzeitpartie im Livestream von DAZN Day 16.00 Oktober 20.00 Uhr Brasilien. Argentinien, Testspiel Day 16.00 Oktober 20.00 Uhr 45.00 Dänemark, Österreich Testspiel Dienstag 16.00 Oktober 20.00 Uhr 45.00 Belgien, Niederlande, Testspiel Dienstag 16.00 Oktober 20.00 Uhr 45.00 Schweden, Slowakei, Testspiel SA 20.00 Oktober 20.00 Oktober 20.00 Uhr Kawasaki Frontale, Visekobe, Jade 1 League, SA 20.00 Oktober 20.00 Uhr 45.00 HNL, Ajax, Eredivisie Sonntag 21.00 Oktober 17.00 Uhr 30.00 Lokomotiva Zagreb, Haiduk Split 1.00 HNL, der ZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Sportereignisse anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken. Jetzt DAZN, G-R-A-T-I-S-M-O-N-A-T sichern DAZN bietet Football-Begeisterten das volle Programm und zeigt viele Spiele der Regular Season, die Playoffs und natürlich das große Endspiel um die Vince Lombardi Trophy, den Super Bowl im Livestream. Wer den Streaming-Dienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist auf dem nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten, wie dem iPhone oder iPad, nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet ihr im Google Play und dem App Store von Apple. Neben der NFL hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat. So werden unter Live-Spiele aus der Premier League, der Primär-Division, der Serie A sowie der Liga-Einer gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im Livestream ausgestrahlt. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Auch Duelle der NBA, auch die Spiele der NHL und der MBL gestreamt werden. Weitere Sportarten sind Handball, Darts, Motorsport, Boxen, Tennis und vieles mehr. Der erste Monat ist kostenlos. Die Folgemonate kosten jeweils 9,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag, Nebenlast, Schrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes. Jetzt auch mit PayPal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.